Daran ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freiwilligkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und das ist ein interessanter Nebensatz. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Die Bibel sagt auch, dass wir an Christi statt ermahnen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dass wir Botschafter Christi sind. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir sind Botschafter Christi. Das heißt, wir stehen hier ein für Christus. Was Christus getan hat, als er hier eben im Fleisch gekommen ist auf die Erde, wie wir das in den Versen davor gelesen haben. Er ist gekommen als Licht für die Welt. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Jesus ist nicht mehr in der Welt. Wir sind in der Welt. Und gleich wie er ist, so sind auch wir. Das heißt, wir sind das Licht der Welt. Denn Jesus hat gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Solange ich in der Welt bin. Das ist eine Bedingung. Jesus ist nicht mehr in der Welt. Wir sind in der Welt. Und gleich wie er ist, so sind auch wir. Das heißt, wir sind das Licht der Welt. Nicht ohne Grund, sagt Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht am Setzen, sondern ein Scheffel, sondern ein offener Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich weiß jetzt, glaube ich, ein bisschen falsch zitiert, aber du weißt, was ich meine. Wir sind Botschafter. Wir sind das Licht der Welt. Wir haben eben die Aufgabe, an Christi statt zu ermahnen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben die Aufgabe, es der Evangelium zu verkündigen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und lasst es jetzt auf der Zunge zergehen. Gleich wie er ist, so sind auch wir. Wow. Ich meine, wir haben die größte Aufgabe überhaupt. Und wir werden tatsächlich mehr erreichen als Jesus Christus selbst. Denn was war Jesu Aufgabe, hauptsächlich eben zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel zu gehen. Nun aber, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nicht wahr? Er kamen das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir gehen jetzt natürlich hauptsächlich zu den Heiden. Wir gehen dorthin, wo es empfänglich ist. Und wir werden dadurch tatsächlich mehr erreichen als Jesus Christus selbst. Und das ist nicht irgendwie übertrieben, sowas zu sagen. Jesus selbst hat ungefähr gesagt, ich kann es ungefähr zitieren, dass wir eben größere Werke tun werden als er. Und ich werde den Vers hier einblenden im Video.